Okay, hi Freunde. Ich bin euch einen kleinen Nachtrag schuldig. Und zwar, ich habe vor fünf Tagen, am Zeitpunkt der Aufnahme, ist das jetzt fünf Tage her, ein Tutorial hochgeladen, wie man die Pizza Tower Translation für die deutsche Sprache von mir installiert. Daraufhin hat mich jemand in den Kommentaren gefragt, ob das auch für Pizza Oven funktioniert. Das sind meine Recoms. Hier, das ist der Kommentar. So, habe ich drunter geschrieben, ist auch zwölf Minuten her. Nein, tut es noch nicht. Warum erkläre ich bei dem und dem Timestamp? Äh, ja. Daraufhin habe ich mich mal auf der Pizza Oven Seite informiert und habe gesehen, hey, der nimmt doch TXT Dateien. Guckt halt, was drin ist und je nachdem, was drin ist, packt er es dann in den langen Folder. Was bei mir dann der Fall ist. Heißt, wenn ihr hier jetzt die Pizza Tower Translation in Pizza Oven reinpackt und Setup drückt und dann Launch, dann seht ihr, dass hier die Deutsch TXT hinzugefügt wird. Das heißt, es funktioniert sehr wohl mit Pizza Oven. Ähm, ich werde das trotzdem noch als Kommentar unten an das Video dran heften. Dennoch bin ich am überlegen, das als einständiges Video zu machen. Vielleicht packe ich es auch einfach nur in die Infocard von dem Originalvideo. Ähm, aber auf jeden Fall funktioniert es mit Pizza Oven. Das war's zum Nachtrag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.